Ich glaube, ich sehe nicht recht. Ein 1 zu 1 Amazon Dupe zu den Fenty Beauty Highlightern. Hi, ich bin Maxim. Ich habe hier ein ganz spannendes Produkt auf Amazon gefunden. Ich habe es euch in meiner Story verlinkt, was mir ziemlich verdächtig nach Fenty Beauty vorkam. Ich liebe dieses Diamond Ding von Fenty. Das sieht so wunderschön auf der Haut aus. Es ist aber ganz schön teuer. Und Amazon dachte sich, okay, komm, machen wir einfach einen Dupe. Oder ist es schon eine Kopie? Das sieht sehr, 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 sehr wet aus. Und jetzt, wow, mit dem kleinen Pinsel tupfe ich mir das jetzt einfach mal hier hin. Also ich glaube, man sieht schon diesen Wet Skin Effekt im Vergleich zu Fenty Beauty. Fenty Beauty ist noch ein bisschen feiner und noch ein bisschen feuchter. Für ein paar Euro sieht das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht aus. Folgt mir für mehr Tipps.